Über Rosa Luxemburg Schrift, die Schlussperiode des Kapitalismus, Teil 2 von 2. Aber glücklicherweise funktioniert Marxismus im Endfall auch ganz anders, als dass man die Arbeiter erst groß überzeugen müsste. Wenn die Kapitalisten aus dem Betrieb keinen Profit mehr erzielen können, setzen sie sich wie in Argentinien 2001 oft in das Ausland ab. Nun sind die Kollegen selber gezwungen, wenn es keinerlei andere Arbeitsalternativen mehr gibt, auch gegen ihren Willen, ihren Betrieb zu besetzen, wollen sie ihre Arbeit behalten. Das ist dann der erste Schritt zum Sozialismus, obwohl sie sich dessen noch gar nicht bewusst sind. Sie wählen ganz automatisch dort ihren Sprecherrat, der sich an ihre Beschlüsse halten muss. Nach dem gleichen Prinzip werden auch die Dablierten zur Koordination gewählt, weil immer mehr Betriebe selbstverwaltet werden. Diese Koordination übernimmt nach einer gewissen Größe, sagen wir bei 50% aller Betriebe, die Doppelherrschaft und nennt sich um den Arbeiterrat oder Arbeiter- und Soldatenrat. Keiner braucht sich den Mund fußlich reden. Und die Arbeiterklasse steht vor der Übernahme der Räterepublik. Dieser Punkt, dass die Kapitalisten im Durchschnitt keine Gewinne mehr aus ihrem Betrieb ziehen. Ist schon erreicht. Die Betriebe halten sich im Durchschnitt nur noch so über Wasser, weil die EZB für Nullzinsen ihre Schuldenpapiere kauft. Die EZB hat schon angekündigt, dass sie mit dem Kauf der Anleihen im Dezember Schluss machen will. Link 1. Oh je, dann geht das ganz schnell abwärts. Und dann kommen die Betriebsbesetzungen. Besser wäre es natürlich gewesen, wenn man vorher eine Revolution durchgeführt hätte, will man die alten Opfer eines Superkirchs vermeiden. Und der wird kommen. Hier nur die letzten Lösungen dazu. Titelzitate. EF Semper Fregling. Die nächste Finanzkrise wird kommen. 9.05.2018 Insider. Link 2. Riskante Dollarstärke. Bundmark nervös. Globale Schuldenkrise. Kehrt zurück. 15.05.2018 Link 3. Weltwirtschaft. Wachstum in exportstarken Ländern. Geht zurück. 16.11.2018 Link 4. Vorbild Asienkrise. US-Schnittwende könnte global Schuldenkrise auslösen. 19.05.2018 Link 5. Der endgültige Point of no return in der Produktion ist im Anmarsch. 19.05.2018 Video. Link 6. Egon von Greijertz. 3 Milliarden Menschen weniger durch Armut, Krankheit und Krieg. 31.05.2018 Insider. Link 7. Die Finanzkrise ist zurück. 2.07.2018 Link 8. Düstere Warnung. Panik an den Finanzmarkt. 4.06.2018 Link 9. James Rickertz. Eine Rezession steht bevor. Und die Fed kann sich nicht aufhalten. 15.06.2018 Super Insider. Super Insider. Link 10. Die Weltschulden waren immer größer. Die Derivate immer umfangreicher. Die Börsenkurse immer höher. Gegenüber dem realen Wert des Konzerns. Seit 2008 geht die Weltwirtschaft nur noch bergab. In allen Staaten. Alle Staaten versuchen das mit der Abgabe einer zu niedrigen Inflation zu verbergen. Über den Bit-Deflator wird das Wirtschaftsaxon dann schön gerechnet. Ziel Börsenguru Professor Max Otter bestätigt indirekt. Die Wirtschaft geht bei uns im Rückwärtsgang. Link 11. Prokurs. Die Inflation wird falsch gemessen. 24.06.2018 Link 12. In den US-Staaten spendet auch das Vertrauen zusehends. Die Differenz zwischen der 5-jährigen und der 2-jährigen Staatsanlei beträgt nur noch 0,2%. Wir sind schon weit in der fiktiven Welt. Zu allem Unglück kommt jetzt noch, dass die EZB ihre Anleihkäufe einstellen will. Titel Zitat Deutsche Wirtschafts-Nachrichten EZB will Anleihkäufe im Dezember beenden. 14.06.2018 Link 13. Wenn das umgesetzt wird. Oje, der kommende Superkirch wird nicht zum Lachen sein. Ab dem ersten Tag, an dem er festgestellt wird, werden die Supermärkte leergeräumt sein. 15. Nun werden die Vandalen-Lehrer über das Land ziehen. 15. Bürgerkriege zwischen den rechten Deutschen und der CIA-Geheimarmee ISIS und ihre Anhänger brechen aus. 16. Eine Hyperinflation wird entstehen. 17. Ich hoffe, dass die Großstädte dann mit Lebensmittelmarken Lenken Gewerkschaftliche, Milizionäre und Notgeld die Ordnung einigermaßen aufrechterhalten können. 17. Natürlich, noch sicher sind die Gegenden, wo man überhaupt nicht mit dem Auto entkommt. 18. Nach Karl Marx Einschlummern hört sich das alles nicht an, eher nach Rosa Luxemburg Katastrophen und Todessuchungen. 18. Diese Differenz resultiert letztlich aus der falschen Abstrahierung von Marx, im zweiten Band des Kapitals, im 21. Kapitel, Akkumulation und erweiterte Reproduktion, dass der Überschuss immer im Produktionsmittelsektor auftauchen würde. 18. Link 14. Er abstrahierte sogar so bei der erweiterten Reproduktion, dass die Profitrate gegen 20% zustrebt, nicht gegen Null, wie richtig im dritten Band und das Verhältnis von C&V und N immer gleich blieb. Diese Fehleinschätzung ist natürlich nur dem Notizcharakter geschuldet und er keine Zeit mehr fand, dieses Buch auch aufzuarbeiten. Dann wären ihm die Differenzen zu dem dritten Band aufgefallen, indem er ja eine geniale Entdeckung gemacht hat. Dieses tendenziellen Verhalt der Profitrate. Sein früher Tod mit Jugendlichen 65 Jahren war das Problem. Er hat eben zu viel geraucht, aber irgendeine Entspannung braucht jeder Mensch. Rosa Luxemburg dagegen betonte richtig in ihrem Buch die Akkumulation des Kapitals, dass der Überschuss immer im Konsumsektor auftritt. Link 15. Dieser Überschuss kann aber nun auf den Produktionsmittelsektor übertragen werden. Nun hatte Tony Cliff in seiner Biografie, Studie über Rosa Luxemburg, Kapitel 8, die Akkumulation des Kapitals. Link 16. Die Sektoren auseinanderstreben lassen und brichtete einen Übertrag in den anderen Sektoren. Er ließ aber die Verhältnisse relativ immer gleich und kommt daher auf den gleichen Fehler wie Marx. Nun hatte der englische Professor von der Universität Leeds, John Peter Nettl, in seiner Biografie über Rosa Luxemburg sich auf Tony Cliff bezogen und diesen Fehler weiter verbreitet. Link 17. So glaubt die ganze Linke in der ganzen Welt. Marx hatte recht und Luxemburg lag falsch. Wenn man aber C und M immer weiter auseinander gehen lässt und die Sektoren auch, dann tritt der Überschuss immer im Konsumsektor auf. Immer. Siehe Excel Tabellen von Marx, Luxemburg, Tony Cliff und mir. Link 18. Also hatte Rosa Luxemburg recht und Marx lag da falsch. Dann sinkt auch die Profitrate gegen Null. Wie er das ja im dritten Band richtig analysierte. Wenn aber die Investitionen weltweit stärker als die Löhne sinken, als die Entwicklung rückwärts verläuft, dann tritt der Überschuss im Produktionsmittelsektor auf und kann nicht mehr übertragen werden. Bei jedem verlorenen Arbeitsplatz im Produktionsmittelsektor gehen fünf weitere verloren. Die Volkswirtschaften weltweit brechen ein. Den ersten Punkt auf Noritain hatten wir 2008 gehabt. Da brachen weltweit die Wirtschaften um fünf bis sieben Prozent ein. Seither haben die südeuropäischen Staaten sich nicht mehr davon erholt und dass sich Deutschland erholt hätte wegen der Inflationsverhältnisse, wird dann uns auch in Frage gestellt. Da die Krisen etwa regelmäßig alle zehn Jahre auftreten, wird der endgültige Point of No Return 2008 oder 2009 auftreten. Dann wird kein Staat mehr sich davon erholen können und wir treten ein in die Ära der Barbarei. Und das kommt jetzt, wie das Abend der Kirche. Die Investitionen in Deutschland und Japan wurden schon zurückgefahren. Da kommt der Rest Ende nächsten Jahres. Dann wird es dunkel. Rosa Luxemburg zeichnet sehr scharf und bedrohlich die Katastrophen wie in dem Kupferstich die vier apokalyptischen Reiter von Albrecht Dürer. Zitat Kapitalakkumulation auf der Weltenbühne in eine fortlaufende Kette politischer und sozialer Katastrophen und Konvulsion, die zusammen mit den periodischen wirtschaftlichen Katastrophen in Gestalt der Krisen die Fortsetzung der Akkumulation zur Unmöglichkeit, die Rebellion der internationalen Arbeiterklasse gegen die Kapitalherrschaft zur Notwendigkeit machen werden. Selbst ehe sie noch ökonomisch auf ihre natürliche, selbst geschaffene Schranke gestoßen ist. Zitat Ende Rosa Luxemburg Die Akkumulation des Kapitals Seite 410 Da f means Das Besinn Ah F